Für mich ist Verdun sicher eines der schönsten Plätze, die ich kenne. Es ist für mich einfach überragend und für mich das schönste Klettergebiet der Welt auch heute. Die Golden Schaune ist schon anders, als die Route, die ich davor im Verdun geklettert bin. Aber bei der Route ist es so, dass man wirklich steil, man muss richtig anziehen und es ist einfach gescheitkraftig. Der Wolze steil, der hat sie steil. Und dann ist mir bewusst geworden, boah, ich könnte die Tour durchsteigen da. Die Tour vom Stefan Globatsch ist eine der schwersten. Da sind Sachen in mich eingeprassen. Sachen, die ich mir eigentlich gerne vorstellen könnte, dass das mir passiert. Ja. Also ich muss sagen, das war richtig geil, weil jetzt nicht nur für mich selber, sondern auch für uns als Seilschef, dass wir einfach beide die Tour nochmal gemacht haben, das war einfach nochmal supergeil. Das Bier hat einfach nochmal besser geschmeckt am Pachtum. Da ist es so schön, ich finde es einfach nicht sicher. So viel ein Zyküschen aus dem, sehr abgesendet ist. Aber dazę immer wieder mit denen das Leben. Das ist so schön, ich bin ein Zyküschen oder wie immer mehr. Wenn das Leben ist, auch die Zyküschen oder wie immer mehr, die auch immer wieder zu gehen. Und dann wird die Zyküschen oder die Zyküschen oder wie immer mehr. Das ist das Leben, ich bin ein Zyküschen, oder wie immer mehr. Vielen Dank.